Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, wir hören heute hier am Ende des Evangeliums von einer Frau, die weint. Der Evangelist Matthäus spricht von einer Urmutter Israels, von Rahel, die um die Kinder weint. Sie weint um die Kinder Israels und zu Recht, denn der, der sich als König Israels bezeichnet, bringt die Kinder Israels um. Er sorgt nicht für sie, im Gegenteil. Er, der seine Leidenschaften nicht im Griff hat, wie wir das wirklich aus der Historie sehr genau wissen, Herodes schreckte keinesfalls davor zurück, seine eigenen Kinder umzubringen, zu verurteilen, wenn sie seiner Macht gefährlich wurden, trotz all der Verdienste, die er auch hat. Er, der seine Leidenschaften nicht im Griff hat, wird statt eines Vaters, eines guten Königs, zum Mörder seiner Kinder, der Kinder Israels wie der eigenen. Unsere Geschichte, dieses Evangelium zeigt, wer der wahre König ist. Der wahre König Israels ist ein kleines Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Er wird für seine Kinder sorgen. Er wird sie sammeln, wie er das später, als er zu predigen beginnt, immer wieder erzählt. Er gibt sein eigenes Leben hin für seine Kinder. Und zugleich wird in der Figur des Josef etwas deutlich, wenn wir von der Mutterkirche sprechen. Josef hat hier eine sehr mütterliche Seite, wenn wir so wollen. Wie das so viele Mütter tun, die kein großes Aufhebens machen, die tun, was getan werden muss, ohne dass es die großen Überschriften gibt, ohne dass das irgendwo in der Zeitung steht und manchmal auch leider zunächst dann oft unbemerkt oder unbedankt. Josef folgt der Weisung Gottes. Er beschützt dieses Kind. Er bringt es in Sicherheit nach Ägypten. Und er wird es zurückbringen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Dieses Evangelium, das heute so ein wenig im Schatten steht, aufgeklärt, wie wir sind und sagen, naja, wer weiß, ob das überhaupt historisch ist, hat wahrlich eine große Tiefendimension. Wir erfahren etwas über das Kindsein Gottes, über die Bedrohungen in dieser Welt und über die Menschen, die seit jeher bereit sind, sich in den Dienst Gottes zu stellen, um so letztendlich Gott selber zu schützen. Denn Gott ist in unserer Welt, so wie sie ist, bedroht, wie ein kleines Kind. Aber solange es Menschen gibt, die sich seinem Wort anschließen, die nicht gemeinsame Sachen mit den Potentaten und Mördern machen und denen, die sich als König oder sonst irgendwie bezeichnen, gibt es das Leben, entsteht Reich Gottes, wächst das Königtum Christi. Ja, mich vielleicht selbstalous ist. Wir dürfen nur die auch nichts, dass wirtschaft muchos Selbstlustrüaguernate bis zum Menschen,